Hallo ihr Lieben, willkommen zurück! So, ich hab mal ein bisschen gespiegt, ich hab mal nachgeguckt und mir mal ein paar Geister rausgesucht, wo die sein sollen. Und wir gehen jetzt einfach mal auf die Jagd und schauen mal, ob wir die nicht kriegen. Es wäre doch gelacht. Also einer muss hier unten sein. Eventuellerweise haben wir immer nur Pech gehabt, dass wir dem nicht direkt begegnet sind. Moment, der müsste eigentlich hier so seine Runde drehen. Hallo Geist. Ich weiß eben nur nicht, ob der hier diesen Raum auch mitnimmt. Weil die bewegen sich ja durchaus. Er müsste eigentlich hier irgendwo... ...so irgendwie hier sein und irgendwo auftauchen. Hallo, lieber Geist. Das gibt's doch nicht. Da, da ist er! Wir haben ihn! Ha! Du sagst die Formel. Oh, was? Ja, das brauch ich alles nicht vorlesen, denke ich. Ähm, mein Geschenk. Ja, dankeschön. Mach's gut. Ein Hut. Okay, das war Nummer 1. Jetzt schauen wir mal, ob wir die anderen auch noch finden. Ich hab mir so ein paar angeguckt. Also ganz... Der Hut dazu. Ganz genau weiß ich natürlich jetzt immer noch nicht, wo die sind, aber so teilweise. So. Das war der hier. Den haben wir. Ähm... Ähm... Oh, nee, falsches Pferd. Ich hab ein Weißes dabei. So, dann, ähm, zum... ...zum Observatorium. Da ist nämlich im Observatorium oben einer drinne. Und, ähm, wir waren ja im Nilmas-Hochland. Und, ähm, sind ja schön bei Idris ums Zelt um zu. Im Zelt ist, ähm, auch einer, soweit ich das richtig gesehen habe. Und, ähm, am Observatorium müssten zwei Stück sein. Einer hier unten, ähm, am Northlink. Und einer im Observatorium. Da schauen wir jetzt einfach mal nach. Mal gucken. Wäre schön, mal irgendwie alle mitzunehmen dieses Jahr. Gucken wir mal. Mal schauen, ob wir das schaffen. Bin gespannt. Und das ganze Outfit dann noch irgendwie zusammengesammelt kriegen. Ähm, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen wieder. Ein bisschen hören. Müsste ich hier irgendwo dann... Aber ich weiß nicht, wie der seine Runde dreht. Das kann ich nicht sagen. Ich höre ihn schon. Da ist er. Wir haben ihn. Oh, wieder so ein Karotten-Ding. Oh, die finde ich ja nervig vom Geräusch her. Danke, tschüss. Ah, Karotten gab's. Na toll. So. Und dann, ähm, im Observatorium... Uah, verdammt. Äh, und dann gehen wir zurück nach Moorland. Denn, ähm, also im Idris-Hochland. Da können wir eigentlich von hier aus auch fast hinreiten. Also vom Schloss aus. Umschloss im Zoo ist auch noch einer. Wie ich ja vermutet hatte schon. Da müssen wir mal gucken, wie der seine Runden dreht. Aber ich glaube, hatten wir den nicht schon? Wir hatten den doch, äh, geholt, als wir, äh, im Halloween-Keller waren, oder? Bin ich mir eigentlich fast sicher, dass wir den schon haben. Dann würde ich den erstmal links liegen lassen und Emi nochmal fragen. Denn die, ähm, kann sich da immer ganz gut dran erinnern an sowas. So. Hallo, Mario. Alles gut? So. Gucken wir jetzt mal ins Observatorium. Und gehen dann nach oben. Ben. Und dann. Ja, müsste der hier ja irgendwo rum sein. Wir stellen uns da einfach mal irgendwo hin. Da muss er auftauchen. Da ist er. Ich sag die Formel auf. Blablabla. Oh, der Weg. Danke. Tschüss. Ein Sattel. Ein Sattel. Ein Sattel. Ach, jetzt haben wir ja kein Pferd dabei, um zu gucken. Ach, wie cool. Jetzt sollten wir doch fast alles zusammen haben. Also, fehlt nur noch Zaumzeug fürs Pferd. Und, ähm, haben wir Gamaschen schon? Ne, die fehlen auch noch. Und unser Outfit fehlt noch eine Hose. Und dann, äh, haben wir es eigentlich zusammen. Ah, zack. So, gucken wir uns den Sattel mal an. Ah, der ist ja grün. Ih, der ist ja grün. Ih, ist der grün. Na gut. Dahin. Und das dahin. Okay. Das war das. Dann würde ich jetzt eigentlich den Abholservice, äh, nehmen. Und. Dann nochmal zu Idris nach oben. Und da den Geist holen. Und, äh, dann gibt es ja auch noch ein paar in Jallerheim und, ähm, im Westcup. Es gibt sicher noch so ein paar. Da muss ich dann aber nochmal, ähm, genauer gucken. So viel konnte ich mir jetzt auf die Schnelle nicht merken, wo die sind. So. Dann auf jeden Fall den. Vielleicht können wir dann zum Gasthaus gleich mal rüber. Und da nochmal gucken, ob da was ist. Und dann wären wir ja auch schon in Jallerheim. Brauche ich da mein Ticket für oder kann ich da so rein? Da brauche ich mein Ticket für. So. Hallo, Geist? Hier muss doch einer sein. Natürlich auch möglich, dass ich mich da verguckt habe, aber hier war eigentlich einer. Hä? Ja, das... Voll die coolen Gangarten. Okay, ähm... Hier scheint dann doch keiner zu sein. Das gibt's doch nicht. War ich fest der Überzeugung, dass ich das, äh, gesehen hätte, dass da einer ist? Hm. Na gut, dann gehen wir hier erstmal wieder raus. Vielleicht, äh, entweder habe ich mich verguckt oder... Ich weiß nicht. Ein anderes Zelt. Gibt es noch andere Zelte? Nee, ne? Wir gehen jetzt erstmal über die Brücke und schauen da nochmal nach. Und ansonsten muss ich da eben nochmal nachgucken, wo noch welche sind und dann können wir noch die restlichen dann auch einsammeln. So. Hallo. Gibt es hier einen Geist? Einmal oben umzureiten. Da ist ja eh der Transporter. Hallo. Hier scheint es keinen Geist zu geben. Ne. Wir reiten hier einfach mal lang. Mach mal alles... Zugpferd. Wo kommen wir denn da raus? Ah, im Grüntal. Vergessen. Wer... Felder. Okay, ne, da wollen wir nicht hin. Ähm, gehen wir hier lang, ne? Vielleicht treffen wir ja durch Zufall noch ein. Das wäre ja... recht nett. Hm. Ja, hier war jetzt mal so überhaupt keiner. Hallo. Frau Pieke. Mensch, hier waren wir dann auch schon Ewigkeiten nicht mehr, ne? Also wirklich Ewigkeiten. Ganz am Anfang mal, wenn man sich da den Weg freimachen muss. Und dann kommt man hier eigentlich überhaupt nicht mehr vorbei. Einmal kurz hier unten schauen. Aber das glaube ich auf weniger. Hallo. Guten Tag. Ah, Herr Pieke. Okay. Herr Pieke wahrscheinlich. Gut, dann reiten wir jetzt nach Jallerheim rein. Da gibt es auf jeden Fall welche. So. Wo kommen wir denn jetzt rein hier? Ah, da unten. Okay. Hm. Wir gehen erstmal nach Jallerheim rein. Gucken erstmal dort. Was quietscht denn hier so? Ach, die Windmühle wahrscheinlich, ne? Das habe ich auch, glaube ich, noch nie gehört, dass die so quietscht. So, jetzt gucken wir mal. Also ich gehe mal... Bestätigt meine Theorie. Ich gehe mal von... Auf der Mauer aus. Ja. Also ich glaube, dass der auf der Mauer ist. Wahrscheinlich in dem Turm da oben. Jetzt hat sich doch gerade was gezeigt irgendwie. Aber wahrscheinlich nicht mir. Irgendwie hier oben sein. Komische Geräusche hier. Okay. Ich denke mal hier. Da, da ist er. Das sehen wir doch schon. Okay, hallo Geist. Was kriegen wir? Ja, dankeschön. Ach, eine Orange. Okay. Das ist ja schon mal ein bisschen weiß. Jetzt haben wir ja schon einige Geister gefunden. Gut. Okay. Dann würde ich jetzt erstmal den Part beenden. Nochmal nachschauen, wo noch Geister sind. Und dann machen wir uns im nächsten Part dran. Dann hoffentlich die restlichen zu finden. Na gut. Dann bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.